Hier beim Brand in Lustenau wurden mehrere Personen verletzt. Bei mir ist der Einsatzleiter des Roten Kreuz Lustenau. Wie viele Personen wurden denn verletzt und wie geht es den Betroffenen? Das Rote Kreuz Lustenau hatte 15 Personen zu betreuen. Davon wurden vier Personen ins Krankenhaus Thornbirn zur weiteren Kontrolle geschickt. Das heißt, es waren Rauchgasverletzungen. Wir waren mit 18 Personen, zwei Notärzten und vier Fahrzeugen vor Ort. Wir haben im Moment noch die Aufgabe, beim Brand zu bleiben. Da müssen noch drei Wohnungen geöffnet werden und wir erst abrücken können, bevor man absolut sicher ist, dass die Wohnungen leer sind und nicht noch sonst was passieren kann. Die verletzten Personen, haben Sie sich bei Brandausbruch in der Wohnung befunden oder waren es Nachbarn der ausgebrannten Wohnung? Eine Person war direkt im Brandobjekt drin und die anderen waren Nachbarn, Nachbarwohnungen. Kann man etwas über die Schwere der Rauchgasvergiftungen bereits sagen? Kann ich im Moment leider nicht sagen. Das ist die ärztliche Sache. Das ist darum abgecheckt worden. Wird dann abgecheckt im Krankenhaus in Thornbirn. Sind die Personen gleich gefunden worden oder bei der Kontrolle der Wohnungen durch die Feuerwehr wurden noch weitere Personen im Gebäude mit Rauchgasvergiftung gefunden? Die Personen wurden alle sofort geborgen durch die Feuerwehr und die meisten sind selber rausgekommen. Bei der weiteren Kontrolle wurde noch eine Person aufgefunden, die leider einen guten Schlaf gehabt hat und das Ganze nicht mitgekriegt hat. Die war in einem oberen Stockwerk, aber ohne Probleme.